Wir fahren jetzt wieder in die Stadt und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren jetzt wieder mit Uber. Wir sind mit Uber unterwegs. Ja, so geht es halt zu. 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 Ja. Ja, so geht es halt zu. Ja, so geht es halt zu. Ja, so geht es halt zu. Ja. Jetzt sind die Kassen, können Sie auch rein. Die Kassenwache sind in den Nägeln. Oba ist wirklich günstig, extrem günstig. Also wir sind jetzt hergekommen für knappe 3 Euro, aber das Fahren hier in Ägypten, das ist wirklich, ja, ich sage einmal, gewöhnungsbedürftig. Wenn ihr unsere Video mögt, dann abonniert unseren Kanal. Und kommentiert fleißig, kommentiert brav, lasst einen Kommentar da. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen habt, dann fragt ruhig. Wir stellen, also wir beantworten, sorry, wir beantworten alle Fragen, soweit wir können. Ihr könnt es gerne auf dem Kanal teilen. Und wir versuchen, euch wirklich auf den Laufen zu halten. Und das Schöne, das Schönste, also die schönsten Videos, die schönsten Aufnahmen für euch zu machen und euch auf unseren Kanal hochzuladen und euch zu zeigen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es ist okay? Das ist für dich, gut, das ist für dich, auch für dich, auch für dich, auch für dich, oder? Wow! Schön! So, ja, und hier gucken wir was. Vielleicht gefällt einer von uns. Du bist für dich, oder? Du bist für dich, oder? Nein, du bist für dich, oder? Ich habe dein gleiches T-Shirt. Was willst du? Aber das sind lange Sachen, ich habe nicht so... Sie braucht lange, um zu beten, um zu... Wenn du mein Name willst, das ist für dich. Das ist dann gut, für dich. Das ist gut für dich. Bitte nicht, oder? Mit Hijab. Mit Hijab. Nein, nein, genau. Okay. Ja, wir sind in der Zeit. So, ja, super freundlich, fast. Ein schöner Laden. Kommt vorbei. Es ist auf der Seite bei der Sheraton Road. Ich habe diesen Farben auch. Ich habe diesen Farben. Ein Schiff. Ein Schiff. Ein Schiff. Was ist der Preis? Wie ist der Preis? Wie viele du möchtest? Wie viele du möchtest? Wie viele du möchtest? Ein oder zwei? Wenn du zwei machen, ich mache das. Ein Schiff. Ein Schiff. Ein Schiff. B ушre zu einem oder zwei? So. 岚. Sie sind in der Brasilienυχ dates. Was ist der Preis? Alhamdulillah. Was ist der Preis? Alhamdulillah. Ich bin Mohammed. Ich bin Mohammed. K airplaneage. Was ist das? 3,50 Meter. Ine我在 derivat, dich, eines Hoje in der술ung. Ich bin Mohammed. Er ist minion Mohammed. Die Black one? Die Black one. Ja, Habibi. Ja, Habibi. Die Black one. Black one? Ja. Ja. Die Black? Ja. 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 Nach diesem kurzen Shopping. Wir haben uns ein paar Sachen gekauft. Also meine Frau, ich. Und wir haben für ein Baby was gekauft. Gehen wir jetzt weiter. Auf der Ferriton Road. Also da ist auf jeden. Da ist auf jeden. Auf jeden Fall viel los. Wie ihr sehen könnt. Alhamdulillah. Versteig. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das ist mein Name, das ist mein Name. Also wie ich schon oft gesagt habe, SIM-Karten bitte direkt hier kaufen, in der Stadt, für jeden Handyladen oder Phone, ist auf jeden Fall günstiger als im Hotel. Also es gibt eh mehrere Sachen. Einfach reingehen, kaufen und fertig. Da hat man Primack, Snipes, auf Ägypten-Style natürlich. So, und weiter geht's. Wir sind immer noch unterwegs. Wir sind immer noch unterwegs. Le Pasha, das ist ein sehr, sehr, sehr feines Restaurant. Da haben wir Chinatown, so ein chinesischer Restaurant. Es ist voll, wie man sehen kann. Es sind sehr viele Leute, auch Touristen. Nicht nur einheimische Touristen, wie man hören kann. Wait! Inats Deborah hier! Ja, ich weiß. Wie fliegt trin? Immer noch... Ja, wir sind jetzt immer noch unterwegs. Jetzt ist ja schon mehr bereits nach 21 Uhr. Und das Zentrum, wie ihr sehen könnt, lebt. Ja, wir kommen zu diesem Wochenende. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Wie viele? Ja, 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 ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020